hallo und herzlich willkommen hier zurück in der brickworld auf den weg zu den 5000 abonnenten heute machen wir update 76 das letzte mal hatten wir dort hinten im bahnhof ein ganzes stück weiter gearbeitet wir hatten eben hier vor allem diesen bereich gemacht es kamen viele kommentare dazu unter anderem dass jetzt zum beispiel hier die front ein bisschen geändert werden sollte denn die ist zwar die ist nicht ganz symmetrisch eben zum rest darunter sieht ein bisschen komisch aus da stimme ich zu das werde ich bald noch ändern und ebenso war ja geplant hier zum beispiel einen blumenladen drin zu haben viele meinten dass das eine ganz schlechte position wäre man könnte zum beispiel den das reisebüro das hier rein soll dahin machen hätte ein bisschen mehr licht und im blumenladen vielleicht eher nach unten setzen wo eben mehr reisende vorbeikommen sind gute ideen werde ich sicherlich umsetzen aber heute werde ich denke ich erst mehr in diesen bereich gehen ich muss jetzt langsam mal ein bisschen planen wie die straßenverläufe sind vor allem was ich hier noch hinbekommen kann ich habe da noch eine idee ich weiß nicht ob es klappt mit dem ganzen anderen geplane und wir müssen hier einfach mal vorankommen wenn wir werden ja auch irgendwann hier mit dem busbahnhof anfangen und auch sind sachen außenrum und deshalb werde ich heute jetzt erstmal anfangen dass ich die gebogene straße mit das was davor noch übrig ist zumindest planmäßig immer ein bisschen mit rein ziehe sie wird nicht fertig werden ich habe mich an die steine dafür die war ja nie richtig fertig aber wir können dann hier mal weiter planen wie das ganze dann mal aussehen soll und auch die restlichen bereiche ob ich dann noch platz habe um das hinzubauen was ich möchte wie gesagt es geht heute um ein bisschen planen hier in dem bereich ist mir selber gespannt wohin und das ganze führen wird ja ich habe jetzt auf jeden fall mal das stück straße sich damals gebaut habe jetzt auch mal hier rüber geführt sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus jetzt jetzt haben wir natürlich eine sehr schöne straßenführung hier meiner meinung nach wenn dann jemand den kreisverkehr fertig haben dann haben wir hier wirklich sehr schön interessantes stück straße das nicht so typisch lego mäßig ist ja damit habe ich zumindest jetzt mal die begrenzung in die richtung fertig das heißt die restliche straße bauen wir irgendwann mal ein baum hier vorne ein bisschen gewig etc das ist aber gerade gar nicht so wichtig denn es geht gerade darum die begrenzung des busbahnhofs und eventuell auch anderen dingen die hier noch hinkommen hinzukriegen und dafür war das jetzt auf jeden fall schon mal wichtig das wurde ja glaube ich in episode 14 oder sowas gebaut mal damals an einer ganz anderen stelle aber jetzt hat es seinen weg hierher gefunden und jetzt kann ich hier mal weiter testen mit anderen dingen wir brauchen hier die zufahrt in den busbahnhof ob man hier noch irgendwas großartig bauen kann ich bin gespannt ob hier irgendwas reinpasst ja wir sehen es gleich hier seht ihr jetzt meinen ganz groben entwurf für das ganze meine idee ist dass wir hier zwei plattformen hinbauen die schräg drin um einen auch um den bussen zum möglichen hier besser rein zu fahren aber auch um eben das ganze hier dieses grid ein bisschen mehr zu brechen wieder einfach um hier schräge form reinzukriegen das heißt hier können zwei busse hintereinander stehen wenn der ganz vorne steht kann der dahinter stehen locker und das gleiche können wir auch hier machen als auch hier und das taxi kann hier immer noch vorbeifahren dafür sorgen wir dann und ja die busse können natürlich die hintere nicht wegfallen bevor die vorderen das ja meine idee das ist einfach ein busbahnhof ist an dem die busse einfach mal durchfahren und das heißt der zuerst da ist wird auch der sein jetzt erst wer losfährt ist vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig realistischer mann wusste vielleicht früher später losfahren aber aufgrund der platz sache lassen wir es einfach mal so müssten wir hier dann hätten wir es alles ganz anders planen müssen aber hätten wir sehr sehr viel fläche für nichts außer eben straße und das ist jetzt auch nicht dass ich haben möchte ich habe ein bisschen getestet die busse kommen ordentlich herum das heißt der kreisverkehr ausfall wäre ungefähr so und dann habe ich mir überlegt dass wir das hier eigentlich alles noch gehweg schrägstrich gebäude irgendwas machen können das heißt wir könnten hier noch vielleicht ein gebäude hinbauen meine erste idee war ursprünglich mal dass wir die polizeistation vielleicht hier vorne noch hinbauen können das wird aber auf jeden fall viel zu knapp hier meine jetzige idee ist dass hier vielleicht eine kleine touristeninformation hin machen und hier werden wir vermutlich das ganze mit einer art schallschutz ist es nicht wirklich einfach eine mauer hinbauen aus steinen und glas dass er ein bisschen von der straße abgetrennt ist könnte ganz hübsch aussehen mit ein bisschen grün und das wäre jetzt so der ganz grobe entwurf für die ganze geschichte ich werde jetzt mal ein paar sachen anfangen hier weiter zu planen auch anfangen paar sachen endlich mal zu bauen in dem bereich hier damit wir auch hier jetzt ein bisschen vorankommen ich bin gespannt wohin das ganze mich führen wird ich hoffe euch interessiert das ganze auch und ja ich fange jetzt einfach mal ein bisschen an der bau geht voran wie ihr sehen könnt ich habe jetzt hier die gehsteigen anführungsstrichen den bordstand besser eingezogen die idee ist dass wir hier dann unsere mauer schallschutzmauer trennmauer wie auch immer wir sie nennen wollen einbauen und davor machen wir einfach ein bisschen grünfläche einfach um hier erstens ein bisschen platz zwischen der mauer der straße zu lassen damit fahrzeuge nicht direkt gegen die mauer fahren falls vielleicht ein bisschen breiter sind und auch hier noch ein bisschen grün in das ganze rein zu bringen das macht dieses ganze immer ein bisschen hübscher und jetzt habe ich angefangen hier das ganze einzubauen ich nutze hier verschiedene plates und teils und nutze auch zum beispiel hier diese jumper plates um das ganze hier zu fixieren das jetzt auf jeden fall ganz ganz fest hier drin und das werde ich jetzt hier weiter ziehen bis nach da hinten und auf jeden fall mein untergrund und dann schauen uns das ganze gleich noch mal an der grundaufbau ist damit geschafft ich finde es ist ganz hübsch geworden wir brechen wieder mal das grid das möchte ich ja gerne dass es eben nicht alles so 90 grad aussieht das ist der grobe entwurf das ist der entwurf für den verlauf dieser mauer dieser schallschutz schutzmauer und die ist ob ihr sehen könnt wirklich schön fest ich habe hier jetzt alles soweit zu gemacht diese teile sind jetzt halt nur grau weil die eben hier die richtige entfernung haben um hier das ganze schön in form zu halten das ist jetzt wirklich sehr schön fest hier drin da bewegt sich nichts und jetzt können wir hier ich denke erst mal die mauer ein bisschen weiter bauen und dann begrünen weil die begründung kommt wahrscheinlich in die quere bei der mauer das werde ich jetzt machen und ja dann schauen wir uns gleich noch mal an der grobe bau jetzt fertig habe hier oben noch ein bisschen deko drauf gemacht scheiben sind alle drin ich habe hier noch ein paar aufkleber darauf einfach um hier ein bisschen was reinzubringen dass hier haben wir ja eh schon mehrfach in der stadt zum beispiel moment ich gebe euch nach vorne hier klebt das gleiche ich glaube hier unten in der u-bahn hat mir das auch noch irgendwo genau da hinten und hier habe ich noch ein paar werbeplakate hier für eine halloween party und hier für eine beach party also einfach damit hier ein bisschen noch leben rein kommt ich habe hier angefangen dass mit diesen sandgrünen steinen fließen zu fließen das werde ich jetzt noch fertig machen und dann fehlen hier noch zwei fließen sehe ich gerade und dann müssen wir anfangen das grüne hier zu machen also ich denke das wird eine sehr schöne sache hier vorne und bringt auch wenn man jetzt von hier vorne reinschaut von der brücke aus noch mal ein bisschen was hier rein wenn wir darüber gehen sehen wir auch nur die straße also mir gefällt es auf jeden fall ich hoffe euch auch ich mache weiter bis gleich und so sieht das ganze fertig gefließt aus wir haben jetzt alles schön gefließt wieder es fehlt das grüne noch was mir aber jetzt noch eingefallen ist das wäre eigentlich dass hier auch teilweise nutzen könnten um daraus zum beispiel in den warteraum und informationsstätte mit zum bausten wird hier vorne da haben wir auf jeden fall noch platz irgendwie so ein klein infostand bauen oder sonst irgendwas vielleicht einen kleinen laden noch mal schauen irgendwas könnten wir damit noch machen jetzt nicht unbedingt heute aber grundsätzlich wäre da noch einiges mit drin was ich aber jetzt auf jeden fall erstmal machen möchte ist dass ich diesen grünstreifen da vorne basteln weil ich glaube das macht dann schon mal einen sehr großen unterschied mit dem ganzen hier ich bin gespannt wie es aussieht ich hoffe ihr auch ihr werdet es gleich sehen der grünstreifen ist fertig wie ihr sehen könnt mir gefällt es auf jeden fall wir haben jetzt sehr schön hier die kanten die löcher hier alle überdeckt es bringt ein bisschen farbe in das graue hier an der straße und wenn wir uns das vorne noch viel vorne anschauen von der brücke aus sieht man das auch sehr schön ich finde die sichtachse macht sich hier auf jeden fall und ja das sieht auf jeden fall schon mal gut aus ich werde mal schauen ob ich jetzt hier hinten noch ein bisschen was mache wahrscheinlich auch hier im straßenbereich schauen wir einfach mal wohin uns die reise führt aber vorher hat gerade der postbote noch was vorbeigebracht und zwar diesen netten herrn ihr kennt ihn wahrscheinlich brick parker seine stick ist gerade angekommen und ich werde jetzt gleich mal den jetzt einfach mal irgendwo hierhin stellen schauen wir mal vielleicht in den bahnhof vorübergehend oder auch endgültig mal schauen wo wir ihn hinstellen können ich bin hier gerade mit meiner jacke an der stadt fest ich hätte stehen jetzt einfach mal hier unten rein denke ich lassen wir erstmal hier in der nähe auch hier von unserem lieben stein auf stein und ja da steht brink parker jetzt erstmal und schauen wir aber irgendwann noch einen anderen platz findet aber das ist ein platz erstmal und ich mache jetzt gleich hier drüben weiter ein paar veränderungen haben sich jetzt hier ergeben ich habe hier einen zebrastreifen eingeführt damit die leute vom bahnhof hier rüber können zum bahnhof als der busbahnhof natürlich was noch nicht gemacht ist dass hier ist jetzt hier noch eine kante werden wir aber irgendwann noch so bauen dass es hier ist wie hier da haben wir ja hier eine abgesenkte bord steinkante damit man eben auch zum beispiel mit dem rollstuhl hoch und runter kommt ich habe aber jetzt gar keine steine mehr dafür da deshalb werden wir das demnächst mal machen ich habe diese beiden ecken abgerundet hier müssen wir noch mal ein bisschen was machen hier ist okay da müssen wir keine linie machen wie gesagt hier ist der bord stein erweitert worden hier geht es dann um die ecke und ich habe hier eine lampe eingebaut das ist ein design das hatte ich ja schon mal vor monaten als es darum ging selber lampen zu bauen und zu beleuchten ist ein ganz leicht angepasstes design aber das werde ich weiterhin benutzen die lamp ist jetzt nicht beleuchtet werde ich demnächst irgendwann beleuchten im zuge der ganzen beleuchtung des bahnhofes mit dem einem partner illuminate your bricks link um rechts dann habe ich hier noch ein einfach verboten schild war das ist ja eine einbahnstraße das heißt die busse kommen hier nur raus es darf aber kein bus reinfahren deshalb haben wir hier schon ein schild angebracht werde ich vielleicht auch noch hier drüben machen mal schauen wir bräuchten wahrscheinlich noch ein schild hier dass man hier nur rechts abbiegen darf beziehungsweise hier nur links aber es geht voran wenn ihr das jetzt mal seht das ganze areal hier hat ein riesen schritt nach vorne jetzt gemacht ich werde trotzdem noch ein paar sachen ausprobieren aber sehr viel wird wahrscheinlich heute nicht mehr passiert ist ja schon sehr viel passiert hier könnt ihr sehen wie ich mich jetzt noch sagen weiter ausgetobt habe ich habe jetzt auf diesen modul die komplette straße fertig das heißt wir haben hier den zebras hat mir schon gesehen aber auch die ganze restliche fläche ist fertig habe ein paar schlaglöcher mit eingearbeitet der vorteil der geschichte ist zum einen eben dass es durch die schlaglöcher natürlich ein bisschen realistischer aussieht hier einfach so eine glatte fläche zusammen das müssen wir wahrscheinlich hier vorne auch mal irgendwann noch mal ein bisschen umbauen aber diese schlaglöcher sorgen auch dafür dass weil diese elemente hier auf der platte selber fixiert sind sorgen dafür dass das ganze hier viel viel fester ist und solche probleme die wir zum beispiel hier vorne haben dass ich hier relativ große lücken auftun die hatten wir auch dorthin aber jetzt element jetzt rausgenommen verschwinden dadurch die lücken bleiben relativ klein oder sind eigentlich im prinzip gar nicht vorhanden ich kriege jetzt gerade so ein fingernagel rein aber auch nicht überall sorgen dafür dass das ganze mehr in form bleibt und ich habe jetzt das hier gemacht da werden wir ein kleineres schlagloch haben das ist aber ein vierer mal vierer plate die genau auf den grenzen dieser vier plates liegt und dafür sorgen dass das ganze miteinander verbunden ist denn wir können ja hier dort wo die straßenelemente sind nicht überall diese technik elemente nutzt also die bricks mit diesen kleinen stats zum verbinden das sorgt dafür dass das ganze jetzt hier verbunden ist und wenn ich das mal wieder auseinander nehmen will um zum beispiel einen anderen raum umzuziehen können wir sind eine halbe relativ schwer was geht das einfach rausnehmen und wir haben unsere verschiedenen module die dann zusammen funktionieren können das heißt das wird dann wohl das ganze heute gewesen sein muss sagen ist es relativ viel dazu gekommen wir haben das straßen stück hier vorne ist ein altes straßen stück an sich aber hat endlich einen finalen platz gefunden den ganzen bereich hier den zebrastreifen und die ganze straße hier also ich würde sagen dass auf jeden fall einiges wert ich werde jetzt mal schauen ob ich noch ein zwei autos oder beziehungsweise den bus darauf stellen und wenn ich noch ein zwei minifiguren obwohl hier gar kein platz für minifiguren ist und dann schauen wir uns das ganze gleich noch mal final für heute an und so kann das ganze dann mal in der zukunft aus minifiguren perspektive aussehen wie ihr seht ich habe jetzt einfach mal den es ist ja im prinzip porsche den porsche dahingestellt der bus kommt hier gerade um die ecke bleibt hier am zebrastreifen stehen um die beiden leute hier rüber zu lassen was mir gerade noch eingefallen ist was wirklich sinnvoll daran könnte natürlich auch hier auf dem zebrastreifen das nach oben einbauen damit dann auch jemand auf dem zebrastreifen selber rüber gehen kann das ist eine sache dafür müsste ich jetzt hier alles wieder auseinander bauen das ist jetzt mir doch ein bisschen zu viel gerade aber irgendwann machen wir das vielleicht ansonsten denke ich wie gesagt wir sind jetzt hier sehr gut vorangekommen wir werden natürlich in egen absehbarer zeit die lampe hier beleuchten weitere lampen aufstellen natürlich auch den bus beleuchten das wird euch auch sehr interessant und ja die autos wenn ich auch alle beleuchtet und wir wissen natürlich dann hier auch die andere seite von diesem areal angehen wie auch das hier vorne aber es macht sich auf jeden fall jetzt hier vorne es macht einen riesen unterschied dass ich das jetzt hier das alles näher zusammen weg ist auch wenn es immer noch nicht richtig zusammengewachsen ist aber ja das wäre dann das fazit für heute ich hoffe es hat euch gefallen wir sind auf dem weg zu den 5000 abonnenten ich glaube es fehlen jetzt nur noch so 50 in der richtung ungefähr schauen wir mal wie es sich an sich entwickeln wird ich bin immer noch zuversichtlich dass wir aber wahrscheinlich am wochenende das große 5000 abonnenten special feiern können ich muss es noch fertig aufnehmen beziehungsweise überhaupt aufnehmen teile sind aufgenommen um es nur zu sagen aber es ist soweit fast alles da ich brauche noch eine steine lieferung hoffe dass sie noch kommt das wäre nicht ganz charaktisch um dann im bahnhof fürs 5000 abonnenten ein paar sachen fertig zu bauen aber ich rede glaube ich schon wieder zu viel was bleibt mit sagen viel viel spaß beim selber bauen vielen dank für alles vielen dank für eure treue wenn ihr noch nicht bei instagram dabei seid der link ist unten in der video beschreibung dort könnt ihr gerne mit reinschauen es gibt immer wieder bilder aus der stadt aber auch bilder von hinter den kulissen sachen die eben hier auf dem youtube kanal selber eher selten zu sehen sind aber wie gesagt ihr könnt gerne dort hinkommen müssen laut auch schon über 500 subs abonnenten dabei oder subs natürlich das wollte ich sagen ja das war's dann für heute und ja bis zum nächsten mal bleibt gesund tschüss